dieses fahrzeug hat mutter nur den mutter schaden genau hat total schaden aber es sollte dafür ihr sollt dafür sorgen dass hier keine leute ums leben kommen direkt nicht überfahren wie dumm leute fährt er mich erst mal über hey leute heise er sagt ja auch mal wieder da kommt genau richtig ist für mich gerade dunkel und wir sind hier gerade in dieser hilf station aber im letzten er abgekackten und komischerweise habe ich jetzt ein opa skin warum auch immer ich verstehe es eigentlich nicht wirklich direkt und wir sind einfach mal hier drin gewesen stört ja keine ist auch nicht persönlich und so und alles ne okay gut wir sind jetzt wieder hier beim krankenhaus und es wird gerade dunkel also die dunkelheit bricht gerade ran ist eine ganz schöne zeit jetzt einfach mal aufzunehmen hier bei diesem schönen plätzchen und ich würde einfach mal sagen leben leben haben wir noch genug können wir das fahrrad dem klauen der fährt schon die ganze hier rum auch wo ich schon noch tot war der ist die ganze herumgefahren das leuchtet der geld schau dich das mann wie das leuchtet hier alles cool ok ok da oben ist jemand verreckt ich glaube ich ja genau fahr mich um hier wir sind ja auch nur nicht hier auf einem real life server und autos können töten und als eines der cool an diesem penner finde ich dass den schal hat das finde ich cool oder heißt es vielleicht wenn man sich nicht duscht oder so dass man irgendwie sein skin verändert und ungepflegt ist oder so was ich hab keine ahnung keine ahnung aber vielleicht war es ja nur ein bug und jetzt sind wir ein penner wer weiß so ok ich würde sagen man verliert echt viel zu schnell leben das ist krass übel ich möchte gerne erst mal ein bisschen was essen ich müsste irgendwo mal einen besseren laden finden wo ich essen kann aber also kann ich jetzt keinen punkt aussehen aber hier ist nirgendwo was das ist voll doof hier stehen ein paar autos ich kann mal welche klauen n o ok leute sind fertig mit seinem dingen es ist ein polizist besitzt kein schlüssel nein jetzt konnte ich den schluss fahrzeug professionell klauen und er hat nichts gemacht nein ich will keine musikern aber es auch wie der fahrer die da bei ihr mit ordentlich werden mit einem rennwagen mann kann nur kann ich nicht ach kommen ist egal ich habe keinen schlüssel damit muss ich mich abfinden ich möchte gerne irgendwann mal meinen job wechseln ich glaube die auf die sachen kann ich draufsteigen drauf pupsen aber fahren kann ich damit leider nicht Leute ich bin gleich schon wieder tot ist das nicht cool ja finde ich auch also ich habe ein weniger als die hälfte der leben kann sich vielleicht irgendwie Lebensmittel kaufen die dann inhalieren wäre vielleicht ein bisschen cool weil ich bin gleich wieder tot und wenn ich wieder tot bin bin ich wieder im krankenhaus und dann friede frei alkohol und alle freuen sich da ist ein äh es restaurant wo man essen kann wie geil den ort muss ich mir merken aber ich vergesse den eh bestimmt wieder hier fängt jetzt auch hier das mit dem neuen boden an ne genau boah weiner hat hier nämlich überfahren der soll mal gefälligst auf die leute aufpassen auf die straße rennen okay ich brauche was zu essen gib schon her du alle nuss wie findet ihr die findet ihr sie hübsch oder hässlich ich weiß es nicht so okay ähm auf jeden fall ist hier burgerhut ziemlich attraktiv die man mal eine ordentlich große portion oh jetzt habe ich enter wieder gedrückt ich muss doch leertaste drücken ich meine das teuerste was hast alle ja ich wollte mich noch was kaufen okay mhm lecker hat köstlich geschmeckt danke dass du mir das gegeben hast wir sehen uns beim nächsten mal wieder und ich hoffe mal wir werden dann ein date haben können die eigentlich auch verprügeln wir testen es mal nö schade die können wir nicht schlagen warum nicht ich hätte aber gern geschlagen okay ich merke muss man den ort merken da wo ganz viele leute sind da kann man immer schön hingehen und essen haben wir gerade anruf bekommen oder so was ihr fliegt irgendwie mit dem helikopter ich bräuchte jetzt ich bräuchte boah was sind das für krasse straßen alter ist ja nicht mehr normal hier das ist übelst das sieht irgendwie übelst komisch aus ähm ja ähm wir müssen jetzt mal ach wir müssen nicht nach hause wir duschen später wer duscht schon es ist überflüssig ich möchte jetzt gerne hier ähm ähm äh das lenkt sich scheiße wo war wo war nochmal dieses Moment wo es gibt es slash navi slash navi navu navu nein slash gps ähm stadthalle okay die stadthalle ist da ach ja was würde ich ohne das gps machen würde ich mich gar nicht mehr zurecht finden und äh hörenlos hier rumlaufen weil ich nichts mehr finden würde er legt ein motorrad auf der straße das ist das ist unfall verursachend boah das ding qualmt schon oh 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 qualmt mir überhaupt gar nicht ins gesicht ne nein ist das radio aus nm dieses fahrzeug hat mutal mutal schaden genau hat total schaden ah bist du alter ihr sollt dafür ihr sollt dafür sorgen dass hier keine leute ums leben kommen und die retten und nicht überfahren wie dumm leute fährt er mich erstmal über ey mein gott sind dafür kranke farben alter volle puffstraße steht ein auto ist da jemand drin jetzt wohl bestimmt den puff gegen an der total schaden macht macht das gleiche also wenn ihr total schaden habt bleibt einfach stehen ich bräuchte bald mal ein auto leute aber immer noch nicht genügend kohle und wir brauchen müssen mit dem job weitermachen wenn man mal ein bisschen kohle brauche kriegen das ist ein bestattungswagen wie geil ist das denn oder gehört der mia weil wir sind ja letztes mal bei einem klamottenladen gewesen ne leute ich bin gleich schon wieder tot weil ich nichts zu essen habe aber erstmal geht zum jobcenter gibt es vielleicht irgendeine möglichkeit um das essen mitzunehmen oder sowas wenn ihr das wisst könnt ihr mehr bescheid sagen ach scheiße der rote punkt und nicht das markierte leute ist so nicht wahr oder ich bin so doof wir müssen jetzt zum markierten fahren und nicht zu dem roten das hat mich jetzt voll irritiert verdammte kacke wir fahren ein bisschen zu schnell aber das juckt mich nicht wirklich einfach den krankenwagen hinterher der fährt auch schon im jobcenter und sucht sich einen job also wirklich das einzige was mich hier eigentlich so ein bisschen aufregt an einem server ist das mit dem leben das leben geht viel zu schnell runter aus dem weg leon ok wo ist jetzt das jobcenter da ist es leute das amerikanische das große gleich hier neben dem in der fressbude gut ist das jetzt nicht wahr oder das ist nicht wahr ist das wirklich das jobcenter ach komm ey wir sind ja wir sind hier gewesen ne und sind extra nochmal weggefahren um zum jobcenter zu kommen aber was direkt neben uns ist doch nicht wahr ich bin mir nochmal ein bisschen was zu fressen man will echt viel zu schnell leben es ist echt es ist nicht mehr feierlich das ist richtig übel danke du auch du bürger verkauf fahren wir sehen uns nochmal irgendwann und der ofen brennt so ein bisschen an sieht auf jeden fall so ordentlich hier in dem gebäude aus muss ich sagen also ich denke mal hier kommen die fahrzeuge auch durch ich hab ja jetzt nicht direkt auf der straße geparkt wird auch nicht ähm abgeholt oder sowas ok wir sind da hier ist ein motorrad können wir aber wieder nicht rein weil der total schaden hat und da werden war ich möchte gern jetzt mal slash quit job ne slash quit job ich möchte gern meinen alten job kündigen job suchen job in los santos slash quit slash quit job ja hab ich auch gemacht du musst drei stunden absolvieren um den job zu kündigen drei stunden auf another life waren das war das vielleicht eine stunde wollt ihr mich verarschen so lange spiele ich doch nicht auf dem server ich spiele sicherlich keine drei stunden ach du meine güte ich hoffe mal die meinen drei stunden spielzeit und nicht drei stunden hintereinander ne auf dem server bleiben so ok ja dann fahren wir wieder dann machen wir wieder ein bisschen bestatten bestatten falsche richtung ok tut mir leid aber wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen geld für unser für ein fahrzeug ne ich kann ja mal kurz sagen so wie ich eigentlich ähm den server finde eigentlich finde ich ihn ja ganz gut auf jeden Fall ein guter real life server kann ich nur empfehlen aber das mit dem leben ist irgendwie scheiße und das mit dem drei stunden warten also für ich sag mal für gta zocker die äh so eine server suchen und die nur gta zocken ist das das richtige aber für mich gelegenheit zocker nur wenn ich aufnehme und dann zocke ist das irgendwie nichts trotzdem macht es ein bisschen doch trotzdem macht es spaß auf jeden fall holt euch jemanden kumpel und spielt das mit dem als allein ist das eigentlich mehr oder weniger gammelig ich hoffe wir sind wir jetzt gleich von anfang an richtig die genau den gleichen fehler gemacht wie beim letzten mal oder ich bin so dumm ich bin so ein ich bin so ein Stück scheiße Aber irgendwann denke ich mal, werde ich mir den Ort einprägen. Hoffe ich immer. Wäre nämlich sonst dumm. Also übrigens, zu den letzten drei Folgen, tut mir nochmal leid, dass das so irgendwie völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Weil da ist echt wirklich alles schief gelaufen. Ne? Also alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Und hier sind wir, glaube ich, falsch. Ja. Wir sind schon wieder falsch. Wuhu. Der Ort ist so klein, dass ich den überhaupt nicht finde. Kann das sein? So. Okay. Der war doch auf der linken Seite, oder? Das ist doch assi. Der ist viel zu klein. Das ist er nicht. Das sieht aus wie so ein Friedhof-Nes-Gebäude und die Grabsteine, aber das ist er nicht. Und juhu, wir sind gleich wieder tot. Wenn man nicht sterben möchte, dann muss man ja am Dauerfressen sein, ey. Das ist ja nicht mehr feierlich. Das ist der Friedhof. Das sieht irgendwie überhaupt nicht aus wie ein Friedhof. Überhaupt nicht, Leute. Wie kann ich das Licht anmachen? Oh. Irgendwie war das doch. Ach genau, auf Dings kann man den Job starten. So, Motor. Licht auf 8. Hey. Oder diese 8. Nö. Lol. Depressiv. Wieso bin ich depressiv? Ich bin nicht depressiv. Ich bin gut gelaunt. Verdammte Scheiße. So. Starten wir mal den Job schnell. Wenn wir verreckt, können wir ihn abholen. Slash. Accept. Ich. B. Statt dem. Boah, sterben da viele Leute. Also, den Job kann man immer machen. Weil die Sterben einfach... Oh nein. Weil hier sind Leute dauerhaft am Sterben. Das ist ja nicht mehr feierlich. Das ist richtig übel. Und irgendwie komme ich gar nicht richtig zum Job machen, weil diese... Man... Ne? Also, bevor man einen Job starten kann, ist man schon wieder tot verhungert. Das ist irgendwie... Na ja. Nicht so das Wahre. Das ist ja nicht so... Ja. Zumachen. Jesus.